An den hinteren Ausleger ran, ansonsten wird der Hund vorbei rennen. Und zurück. Etwas zu eng. Guys, we're here! Zeig dem Hund auch mal, dass du nach links abbiegen willst. Du läufst immer so ein bisschen seitlich. Seitlich hier laufen, sieht er, dass er da eigentlich nur in die Abbiegen geht.